hallo freunde und willkommen heute mit einem kleinen review mal wieder und zwar geht es um das neueste vom raspberry foundation genau gesagt um den raspberry pi 400 an der stelle vielleicht auch gleich der hinweis dass das keine produktplatzierung ist ich habe mir das teil selbst gekauft habe auch lange genug darauf gewartet und dachte ein kurzes video darüber zu machen in der hofnung natürlich dass es dem einem oder anderen irgendwie weiter hilft und vielleicht auch um ein bisschen die freude mit euch zu teilen der karton oder die box sieht ebenso aus dass hier ist übrigens ein kit die ok version das neben hier also es ist nicht nur der raspberry pi 400 sondern alles was man sonst noch dazu braucht bis auf den bildschirm halt der raspberry pi 400 ist im prinzip eine mini tastatur oder ein raspberry tastatur mit ein integrierten raspberry pi 4 der etwas besser gekühlt und auch ein bisschen übertaktet ist und wenn wir die box öffnen haben wir hier oben drauf direkt unser raspberry pi 400 also die tastatur quasi die ganz gut verarbeitet zu sein scheint also es fühlt sich auch ganz gut an in der hand auf der unteren seite hier haben wir ein paar lüftungsritzen und auf der rückseite sind die ganze anschlüsse die schauen wir uns später noch mal an weiter haben wir hier einmal das netzteil usb c netzteil dann gibt es hier noch eine raspberry pi maus dazu die sieht ganz schick aus soweit das kabel ist allerdings etwas kurz finde ich dann gibt es noch einen adapter hier für unsere micro sd karte und ein kabel für bildschirm micro hdmi auf hdmi und ein schickes buch hier die ziemlich schwer so bis sie ziemlich dick halt mit erste schritte viele tipps und hilfe man kann auch programmier sprache ein bisschen lernen genau sieht alles schick aus das ist jetzt erstmal alles dabei hier bei dem kit und genau wir wollten uns noch mal die einzelne anschlüsse vielleicht noch mal ganz schnell anschauen auf der rückseite hier haben wir einmal ein loch genau dann gibt es hier haben wir unseren internet anschluss hier ein gigabit dann einmal usb 2.0 zweimal usb 3.0 hier ist der usb c anschluss für netzteil dann haben wir hier zwei mal micro hdmi für die bildschirme und hier ist der slot für die micro sd karte die bei dem kit hier schon ja rein steckt samt betriebssystem quasi schon vorinstalliert und dann haben wir noch den gpio header hier ja oben rechts denke ich ist der pin 1 ist hier markiert irgendwie und genau wir können jetzt also im prinzip das teil direkt anschließen und losliegen allerdings was mir jetzt hier noch auffällt gegenüber den raspberry pi 4 ist das ein usb anschlussfeld also 2.0 usb und der cinch anschluss halt für den kopfhörer büchse eben ist hier auch nicht mehr dabei also 1 usb 2.0 weniger und cinch anschluss fällt hier aber ansonsten sieht es ganz cool aus was jetzt vielleicht noch machen können ist mal reinzuschauen wie es drin aussieht vielleicht für die ganz neugierigen ich hoffe dass ich nichts kaputt mache und genau da dann schon ist das ding auf das ist einmal die tastatur hier hier haben wir das raspberry pi 4 mit der die anschluss hier nochmal und hier sieht man vielleicht noch mal ja die riesige fette kühlplatte hier das kühlkörper quasi es ist also nichts wirklich spektakuläres ja ich denke ich quetsche das jetzt einfach mal wieder zusammen hier und ja schließen das ding mal an und boten es und schau mal wie es dann aussieht das betriebssystem ist wie gesagt schon vor installiert hier bei dem kit und da sind wir schon wieder ich starte das ding einfach mal also ich habe das jetzt den raspi 400 jahr richtig angeschlossen hier mit stromnetzwerk maus und bildschirm natürlich beim ersten boot dauert vielleicht ein paar sekunden länger bis das betriebssystem hochgefahren ist genau wenn das hochgefahren ist bekommen wir beim ersten mal dieses einrichtung wie sagt hier ja wo wir die region sprache datum uhrzeit und so weiter alles einrichten müssen beim ersten mal dann sind da noch jede menge updates die gemacht werden müssen natürlich oder sollten auf jeden fall ansonsten das system hier startklar wird können wir das direkt loslegen wir haben hier alles was wir brauchen entwicklung office anwendungen und so weiter ja web browser ist auch da wir können um direkt los surfen quasi sobald das netzwerk natürlich eingerichtet ist und genau was ich jetzt aber noch testen möchte ist das usb boot ja das boot auch von usb und soll auch mit ubuntu laufen und das will ich jetzt mal testen ich habe jetzt hier ein usb stick mit ubuntu drauf allerdings ist das so eine server version wir testen das jetzt einfach mal ob das funktioniert ich nehme mal die micro sd karte hier raus und liege das mal zur seite ja stecke mein usb stick jetzt hier einfach rein ich nehme mal eine usb 3.0 einen anschluss hier und starte das jetzt und schauen wir mal was passiert ob das funktioniert das dauert einen kleinen moment bis er hoch fährt falls das funktioniert genau da ist es schon also das usb boot sozusagen hat schon mal funktioniert also der hat vom stick gebootet jetzt allerdings scheint es hier nicht wirklich weiter zu gehen ok da passiert leider nichts weiter ich denke aber dass es daran liegt dass da auf dem stick wie gesagt eine komische server version ist ja aber der usb boot hat auf jeden fall funktioniert quasi ich werde mal in den nächsten tagen mit der richtige version hier die desktop version von ubuntu für raspberry pi mal testen das soll auch gut funktionieren kann ich euch dann auch bescheid sagen wie das funktioniert hat ob das gut geht aber ich denke mal schon und genau das war es auch schon alles ich hoffe ich konnte euch damit weiterhelfen irgendwie vergesst nicht zu abonnieren wenn ihr fragen oder anregungen habt einfach ein kommentar hinterlassen über ein like freue ich mich natürlich auch und ja danke fürs zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten mal schlug